Willkommen zurück zum Let's Play von Black Geyser. Wir haben vor, zum Espen-Anwesen aufzubrechen, dem Ort, an dem wir aufgewachsen sind. Allerdings sollte ich vorsichtig sein, denn laut Archivar haben sich seit Altnaas Überfall dort zahlreiche Wildtiere breitgemacht, sprich Monster. Es ist die Hauptquest namensrecht und wir müssen beweisen, dass wir die rechtmäßige Erbin sind von Lord Espen, der ermordet wurde. Auf schändlichste Weise. Wir schlindern nochmal bei dem Marktplatz von Easelbright. Was haben wir denn da? Ein Feuerspucker und meine Augenbrauen waren gerade nachgewachsen. Ich wünschte, mein Vater könnte das auch. Dann müssen wir im Winter nicht mehr frieren. Ja, sowas bringt natürlich Stimmung. Und wir wissen auch jetzt, wo diese Wächter-Golems hergestellt werden. Nämlich in der Zauberakademie im Keller. In der Golem-Manufaktur. Magisch animiert. So, wir brechen auf. Alle, wir haben uns nochmal erholt, übernachtet und ich denke, wir sind einigermaßen gut ausgestattet. Ähm. So, Espen-Anwesen, wir kommen. Wird schön groß die Karte. Lands of Cida-Suda. Mehr so eine Wüste. Unten wird's bergig. Tja, werden wir dorthin reisen. Eines Tages. Ein Seemonster. Oder vielleicht erst im DLC. Hm. Eine Insel. Macht richtig Lust auf Erkundung, die Karte. Aber es geht erstmal zurück zum Anwesen, wo wir aufgewachsen sind. So kennen wir es. Wie wird es jetzt sein? Zumindest regnet es. Boah, über Knochen. Das sieht aber nicht gut aus. Da bin ich also wieder in meinem alten Zuhause. Es hat sich einiges verändert. Irgendwo unter dem alten Schutt müsste sich der Beweis für meine Herkunft verstecken. Das Dokument. Deswegen sind wir hier. Okay. Hemlin? Schleichmodus. Und bitte mal die Gegend auskundschaften. Off I go. Die schöne Statue, die man Wasser gespuckt hatte, gespieden hatte. Wie heißt denn das? Wie auch immer. Ah, Monster. Riesen-Skorpione. Überall Skorpione. Verdammt. Rückzug, Rückzug. Überall Knochen. Ah, noch mehr Skorpione. Obwohl diese Sichtkegel ja so ein bisschen wie Schallwürfe aussehen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das mag. Der Brunnen ist in der Mitte der Karte. Aber wir wissen ja, wo das Anwesen ist. Nämlich im Norden. Wir kennen es ja. Außerdem sind wir ja aufgewachsen. Außerdem begann hier das Spiel. So. Zeit zum Zaubern. Äh, Wanderstock. Siegack hat so ein Wanderstock. Was macht denn der? Außer Stock sein. Wir haben doch irgendwo noch einen anderen Stab. Hm. Wo war denn das? Linnear. Gelehrter Stab. Gucken, ob der besser ist. Optisch ja. Hm. Bessere Crit-Chance. Ein bisschen langsamer. Äh, schneller. Ne, langsamer. Der andere ist ja gemeint. Äh, naja. Tut sich nicht viel. Also der bringt ein bisschen mehr beim Zauberlernen. Red Zaubern. Hm. Schaden der gleiche. Rüstung für Linnea. Was wünschst du mir? Und Biela. Und Biela zaubert mal Spinnen herbei. Als Ablenkung. Ansonsten bringen die nicht viel. Hier? Gut. Heldenhaar ist Anführer aktiv. Man kann ja so einen Bonus wählen. Anführer Bonus. Ähm. Mehr Geschwindigkeit. Hm. Geschlossene Front bringt Blocken für Schildträger. Naja, bringt nicht viel. Besser ausweichen. Ducken und Parieren 5% verbessert. Angriff auf das aktuelle Ziel um 50% verbessert. Ballsrudel. Ausweichmanöver. Ja, defensiv. 3%. Naja, bringt nicht viel. Bleib mal hin. Besser ist nichts. Hm? Hm? Bogen. Pfeile vorhanden. Alles klar. Wir starten Angriff. Was ist das her? Oh, so viele. Verdammt. Oh, oh. Heldenhaar nach vorne. Die Racka nach vorne. Okay, die Spinnen lenken ein bisschen ab links. Ah, sie brechen durch. Ja, sie gehen auf den ersten Angreifer. Ähm. Das ist natürlich blöd. Also, dass sie dann auf den ersten Angreifer zu sich konzentrieren. Hm. Shit, ich muss auf ein Messer gehen. Ähm, was passiert? Ein Kill. Hm? Ja, aber Hamlin hat was abbekommen. Also, nicht ganz so toll, diese Taktik. Da hätte ich dann mit Hamlin, äh, Quatsch mit Heldenhaar angreifen sollen, dass er sofort die Angriffe auf sich zieht. Aber so, hm. Ist dann ein bisschen wie ein Battles Gate. Dass die Feinde dann durchbrechen, sich auf den ersten Angreifer konzentrieren. Oder auf den Fährenschützen. auch beliebt. Auf die Schwächsten. Oh, jetzt kommt der große Skorpion. Okay, da muss Heldenhaar voraus. Erstmal auf sich ziehen. Ich hoffe, er schafft das. Bieler Fernkampfschleuder. Wie näher. Du könntest noch mal was zaubern. Schneeball. Ist auch, glaube ich, relativ weit entfernt. Ich bin immer bereit. Ätzender Blitz auf den Skorpion, auf den Großen. Oh, okay, geht noch? Ja? Noch geht's in Ordnung. Na, Heldenhaar müssen wir gleich heilen. Ah, okay. Da ist der Große, der Kleine. Der Große lebt noch. Liebte noch. Bis gerade eben. Okay, wir haben's. So. Heilung für Heldenhaar. Und Heilung für Emlyn. Gut, dass wir zwei Clearingerinnen mit Heilzaubern dabei haben. Okay, kommen wir in die Villa da. Rechts sind, äh, rechts sind noch mehr Skorpione. Wir versuchen mal reinzukommen. Ah, klappt. Oh. Unser Anwesen ist zum Spuk Anwesen geworden. Was ist hier passiert? Was haben wir denn da? Geister? Skorpione auch. Ein Desaster. Tja. Ohne Frage. Da haben wohl die falschen Leute mitbekommen, dass das Anwesen verlassen ist und haben es ausgeraubt. Emlyn, das scheint mir etwas zu viel Schaden zu sein, um von normalem Ausraum zu sprechen. Es sei denn, die Täter waren ein durchgedrehter Zauberer. Glaubt ihr, dass die Verursacher sich noch hier aufhalten? Nein, wenn ihr genauer hinseht, könnt ihr erkennen, dass das Wetter nach diesem Vorfall bereits seine Spuren hinterlassen hat. Also gut, denkt daran, dass wir hier sind, um nach offiziellen Dokumenten zu suchen. Emlyn, verstanden. Findet deine Geburtsurkunde im Spuh anwesend. Achso, der Kampf geht schon los. Skorpione. Mist. Kommen sie. Was ist dein Wies? Oh. Zwei kleine und ein großer. Mistzeug. Was ist dein Wies? Was ist dein Wies? Bei Stylenstern! Hau sie weg! Was wünschst du mir? Spinnenbeschwören? Krabbelzeug versus Krabbelzeug. Belinea malt die Rüstung. Hamlyn schießt auf den großen Skorpion. Melgen H. greift an. Oh, die brechen durch. Mist. Ich bin bereit. Also der große nicht. Ah. Genau wie ein Binduskate. Manchmal haben die sich auf einen Feind eingeschossen. So und like so. Also mit Feinde binden ist ja manchmal auch schwierig. Und wie ein Wiesel-Kampf. Wieder mehr so'n Wiesel-Kampf. little källische Ich bin jetzt sicher. Bine pill. Bine wird weniger betが Gern muss. Wir finden eine Lösung. Someone für Biel? Oh, ist die Raka zerwischt? Ja, sie wird direkt attackiert. Jetzt steigen die Chancen. Okay, wir haben sie. Okay, ich denke wir ziehen gleich weiter, solange die... ...die schöne Statue wurde auch umgestoßen. Okay. Was ist hier? Oh. Ein Skript. Da rupft mir doch einer ein Hühnchen. Wer könnte dafür verantwortlich sein? Espen muss einige schlimme Feinde gehabt haben, wenn die selbst nach seinem Tod solche Verwüstungen angerichtet haben. Den Teil eures Erbes solltet ihr nicht mit übernehmen. Ja. Haha. Sehr witzig. Hm. Sie sind nicht mehr hier. Aber was auch immer sie getan haben. Sie haben es... Man kann nur hoffen, dass sie es nicht gefunden haben. Diese mysteriösen Aufständischen haben wirklich keine Manieren. Mal im Ernst. Wie viel Sand kann man bitte in ein Haus tragen, das so weit vom Meer entfernt ist? Tja, jetzt mal im Ernst. Der Schaden ist immens. Sicherlich nicht das Werk von Dieben. Allerdings. Ja, wir wollen ja nicht ihn, äh, beladigen. Hm? Ist euch was aufgefallen, Hamlin? Hamlin, das Gemälde in diesem Zimmer ist wirklich exquisiert. Ihr solltet froh sein, dass es verschont wurde. Diese Dame ist Lady Aspen, die zu Lebzeiten eine berühmte Schönheit war. Eigentlich zu jeder Zeit. Sie hat am Hofe so manch einem einen zur Eifersucht getrieben. Dank ihres frühen Todes und den unsterblichen Künsten des Malers Ran Dornin wird ihre Schönheit nie vergehen. Zudem war es das letzte Werk des Künstlers, bevor er verstarb. Weshalb es? Nun, das ist alles, was ich dazu weiß. Naja, wahrscheinlich weiß er mehr. Okay, fragen wir direkt. Habt ihr vor, das Gemälde zu stehlen? Was für eine absurde Entschuldigung. Wie könnte ich es überhaupt transportieren? Ohne Hilfe von einem lieben Freund und Confidant. Was für eine absurde Entschuldigung. Wie sollte ich es überhaupt transportieren? Hm. Okay, fragen wir weiter. Was in Jeringals Namen habt ihr damit vor? Ja, wir fragen erstmal. Mehr Infos bitte. Hört zu, ein Objekt von solch immensem Wert muss unter bestimmten Bedingungen gelagert werden. Auf jeden Fall an einem dunklen trockenen Ort. Wenn es das nächste Mal regne, könnte eure Mutter, ähm Stiefmutter hier unwiderruflich beschädigt werden. Bedenkt doch, was dann aus dem geliebten Erinnerungsstück eures Vaters werden würde. Für das Herr Randornin sicherlich eine Menge Gold gezahlt hat. Wir müssen es abnehmen. Und an einen sicheren Ort bringen. Okay. Was steckt dahinter? Hamlin, sag mir zuerst, warum ihr das Gemälde von Lady Espen wollt. Dann werde ich mich entscheiden. Ich denke, die beste Lösung. Okay, ich werde die Wahrheit sagen. Mir wurde aufgetragen, dieses Kunstobjekt zu beschaffen. Mehr kann ich euch nicht sagen. Wenn es euch um das Geld geht. Ich werde euch entschädigen können. Eines Tages. Okay, wir versuchen nochmal falsch zu überzeugen. Schon gut. Ich werde euch nicht als Sie bezeichnen. Man sieht, dass dieses Gemälde euch viel bedeutet. Aber ihr werdet mir sagen müssen, warum das so ist. Ja, das ist wohl nur fair. Es gibt da einige Adelige am Hof, die zu ihren Lebzeiten nicht sonderlich gut auf Lady Espen zu sprechen war. Eine Adelige war. Vermutlich lag es daran, dass Lady Espen so viel freundlicher und intelligenter war als sie. Und eine bessere Tänzerin wahrscheinlich auch. Eine Neiderin am Hof. Wie dem auch sei, sie hat jedenfalls eine Organisation in Easelbright damit beauftragt, ihr das Gemälde von Lady Espen zu beschaffen. Diese Organisation hat den Auftrag ausgeschrieben und dafür eine hübsche Belohnung geboten. Aber wie ihr euch denken könnt, geht es mir nicht um das Geld. Wenn ich dieses Gemälde abliefere, wird mein Name in Easelbright und dem ganzen Land bekannt sein. Bei all den kleinen und verachteten Leuten, die ihre Leben in den Schatten führen. Deshalb bedeutet es mir etwas. Ob wir das mal glauben? Einem Dieb? Aber gut, wir vertrauen mal. Also gut, wenn es so wichtig für euch ist, dürft ihr es nehmen. Wir werden ja sehen, ob unser Vertrauen berechtigt ist. Hamlin freut sich. Es macht mich glücklich, das zu hören. Ah, ihr nehmt es ab. Cool. Hamlin sagt mir, dass er das Gemälde von Lady Espen nach Easelbright mitnehmen möchte. Da es für mich sowieso keinen Nutz mehr hat, half ich es ihm von der Wand zu nehmen. Ich denke, wir werden es eines Tages erfahren, was er damit wirklich vorhat. Ja, bis dahin. Ich denke, hier mache ich mal einen Cut. Denn es gibt hier wahrscheinlich noch viel zu entdecken. Eine schöne Harfe. Schade, sie klingt nicht beim Anklicken. Bitte Entwickler, lass einen Harfenklang erklingen, wenn man darauf klickt. Wie in Atom-RPG. Okay, dann danke fürs Zusehen. Ciao, der Argonaut. Nette Musik im Hintergrund. Sehr stimmungsvoll.